was geht willkommen zu einem neuen video wieder ein einkaufs video ja und zwar wenn also viele haben schon wahrscheinlich schon gesehen meine instagram story dass ich in luxemburg war gestern um einen kollegen zu besuchen und wir haben es eingekauft ja und möchte zeigen was ich gekauft haben es ist nicht viel an sich ja aber trotzdem wollte ich einfach mal wieder zu machen ja und zwar ich habe mir ein bisschen was zu checken gekauft ja und zwar ein bisschen Monster Energy hier Monster Energy Ultra haben wir hier drei dosen die einen habe ich schon getrunken dann oh Gott haben wir uns hier das hier noch zugelegt ja eine ganze Palette Monster Energy den grünen das sind ja 24 Dosen hat das gekostet ich glaube 23 Euro ja erstmal ist hier kein Fun drauf zweitens bezahlt man ungefähr pro Dose 90 Cent in Luxemburg ja verdammt günstig ist Monster da man hier kostet es ja irgendwie 1,70 ohne Pfand ja und hier bis bei unter 1 Euro bei der Dose und das ist schon mega geil also hier habe ich einmal eine ganze Palette grün ja dann haben wir hier noch mal einen 4er Pack Monster Punch Monster Punch Energy dann noch einmal ein 4er Pack The Doctor Energy dann noch einmal ein 4er Pack Absolute Zero also die blauen dann noch einmal Absolute Zero die blauen und dann noch einmal die Monster Punch ja also wir haben uns im Prinzip ein bisschen was geholt ja das sind im Prinzip sind das zwei Paletten das sind 48 Dosen ja und haben etwas weniger als 50 Euro bezahlt ich glaube das waren das 46 Euro oder sowas kann man machen muss man nicht aber kann man machen und wir waren in Frankreich und äh Frankreich Luxemburg ist ja fast dasselbe auf jeden Fall war war echt toll man kann ja echt gut einkaufen die meisten Sachen so viel günstiger also Getränke auf jeden Fall Tankstellen sowieso ja also wenn ihr tanken wollt ja ne von Luxemburg wohnt fahrt nach Luxemburg ja ich meine Diesel für 1 Euro was mal das 1,10 Euro kann man machen ja ich meine da sind auch genug Tankstellen wir waren in einer Straße da waren ich glaube was waren das 14 Tankstellen in einer Reihe also das ist schon echt nice also und Luxemburg ist wirklich schön also ähm wir haben auch nicht lange gebraucht also Video dazu kommt auch nochmal zu Luxemburg selber da kommt nochmal ein Vlog und äh ich hoffe euch hat euch das Video gefallen dieses Mal ist die Mikroqualität vielleicht nicht ganz so gut wie beim letzten Mal weil ich finde mein ähm Ansteckminkro nicht deswegen mache ich das jetzt alles über die Kamera vom Handy ne also über das Mikro vom Handy genau weil ich nehme mir den S8 Plus auf wisst ihr ja und wir sehen uns beim nächsten Video haut rein Leute ciao ciao